ich hab's euch gestern angedroht ich bleib einfach sitzen und also mache gleich ein bisschen weiter ich muss ein bisschen vorab aufnehmen liegt einfach ein bisschen an meiner zeit aber willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten und wir wollen heute ja ein bisschen rathaus 10 spielen die besten taktiken im rathaus 10 bereich ja ich weiß die gibt es nicht es gibt nie die besten taktiken auch wenn jemand mal fragt toto was ist die beste taktik im rathaus 11 bereich da sage ich immer die beste taktik ist immer die taktik mit der du am meisten sterne oder prozente holt muss man ganz klar sagen aber es gibt natürlich im rathaus 10 11 12 13 14 oder auch davor ganz ganz gewisse taktiken die eigentlich sogar rand sind für drei sterne und das habe ich mir heute für rathaus 10 mal rausgepickt zumindest für drei angriffe würde ich sagen wir machen einen drachen angriff wir machen einen hock angriff also ein lupen rein go hockey auf rathaus level 10 niveau und ich würde sagen die königsdisziplin nehmen wir auch mit rein also nenne ich die immer ganz 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 gerne das ist der queen charge lalo queen charge lalo ist von mir auch sehr schwierig zu spielen wir gucken mal rein ob das funktioniert hier mit der lela ist ja noch nicht ganz so hoch hier das ist aber nicht schlimm was ich auf jeden fall machen wollte ich wollte klarkrieg anzetteln ja ja guck mal plötzlich sind hier 14 leute grün weil der toto mal ein bisschen bockig war ja ich war nämlich die tage bock ich habe gesagt leute geht mal raus hier aus der liga an der lela ist nicht dabei wenn immer donnerbengel mit rein und ich bin hier raus aus der liga ich spiele auch keine klarkriege mehr ich habe keine zeit weil und ihr habt ja auch keine zeit sieben leute waren dann nur waren dann nur rot und plötzlich sind es 14 ja seid ihr alle auferstanden oder was mensch da kann ich ja ein klarkrieg beginnen ohne mich mal gucken donnerbengel muss natürlich bescheid sagen der wohnung ein bisschen unter mir eine etage der muss dann der muss mit und ich muss jetzt allerdings sage ich auch immer ein bisschen tauschen auf den alex weil der soll mir hier truppen spenden als rathaus 12 aber wir gucken mal ja drachen angriff rathaus level 10 ist natürlich immer sonne da ist halten ist halt nur ist ist halt so eine blitzgeschichte ist halt eine blitzgeschichte ist nicht so meins aber ich habe mir das auch ein bisschen angewöhnt weil ich mir ein bisschen abgeguckt habe von meinen membern hier und die greifen damit ganz gut an und manchmal gelingt mir damit auch ein ganz guter angriff ich habe ein zeppelin dabei und da kann man natürlich auch noch was anderes reinpacken wenn man jetzt ein bisschen hit up muss das heißt also dort könnte ich dann zum beispiel kobold reinpacken damit ich ganz ganz sicher das rathaus hole aber erstmal einen kurzen cut muss ein gegner suchen der auch rathaus 10 heißt na bitte da ist er da ist mein rathaus 10 ich wollte halt ein rathaus 10 nehmen leute ich wollte halt ein rathaus 10 nehmen hier hat er eine luft ok 2 ok ich habe angst vor zwei tesla 123 dann ist der feger 123 geht er noch mit kaputt naja macht nichts wir haben noch wir haben noch mal drei stück davon machen wir noch eine luftabwehr kaputt dann gehen wir ruhig gegen den fehler das macht nichts oder wir holen uns die luftabwehr ich muss mal gucken ob wir das hinbekommen ich glaube mal nicht hamburg truppen klark ist im ausbau ist auf jeden fall ein aktives aktives dorf hier ich habe übrigens gerade wieder auf stream starten geklickt versehentlich aber das war ja schon oder oder dass das war ja schon und kommt auch wieder ok mal sehen der king geht da rein queen macht noch die luftabwehr schafft sie nicht mehr ganz okay schafft sie nicht ganz alles klar dann müssen wir hier rein 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 nehmen wir hier ruhig mit renner dem ballon hoch am ende und wir nehmen hier die maschine hier mit rein ich muss jetzt noch mal gucken wo wir am besten den wut aufbewahren ich denke mal der war jetzt mal sehen ob die drachen da reingehen so gut war der gar nicht denn die verteidigung das rathaus verteidigt hier natürlich nicht das rathaus verteidigt nicht aber meine drachen sind gut am start meine lohn sind auch noch gut am start guckt dass man hier so einmal abgefriesst hier er hat jetzt keine klaren buchten aber ich glaube so kann man es machen und also immer eine gute armee 9 fließt zauber ein boot und frost dabei gift zauber braucht aber drachen nicht nehmen also im rathaus 10 bereich ist das immer ein echten garantier minimum für zwei sterne also selbst wenn du nur das rathaus holen willst und paar prozente mit dieser kombi hier schafft es einfach immer muss man ganz klar sagen muss man ganz klar sagen dagegen sonnendorf sowieso das rathaus 9 dorf wo der irgendwo hatte der entfernung das weiß ich jetzt gar nicht egal ist immer noch eine gute kombi also nur immer mal wieder zum wach werden so pro jahr einmal ja rathaus 10 gibt es immer noch es gibt immer noch die vielen drachen er guckt euch das mal an wie viele drachen das noch gerade sind das ist der hammer ist ja nichts gestorben hätte ich mir meine klaren buch auch sparen können okay aber klaren buch sparen ist sowieso nicht solltet ihr auch nicht machen hamburg sparen sollte doch nicht machen ok nächste armee ist diese hier da nehmen wir mit rein warte mal haben wir dann gift mit drin ja das machen wir aber nicht so denn mein gift hier ist viel viel zu niedrig wir nehmen hier ein fließ mit rein von uns es war auch niedrig aber wir brauchen hier den hohen gift wir brauchen hier den hohen gift und nehmen einfach ein paar walken mit ich würde sagen wir nehmen ein paar walken mit passen eigentlich immer nehmen den gift mit dabei nehmen hier ja jetzt streiten sich die geister felsenwerfer oder mauervernichter ich nehme mal mauervernichter weil ich mit dem gohawk unterwegs bin und der rest ist mir dann egal oder man kann mir drei bogenschütze noch geben ja machen wir das mal so dann spende ich mir mal mit dem alex und der nächste oder die dritte armee ist dann tatsächlich der gullalo ist das ein gullalo oder man kriegt schlade und ich würde sagen wir machen für schlade denn das ist für mich echt eine schwierige geschichte vier heiler ja wie viele hunde nimmt man jetzt zwei hunde nur und ganz ganz viele von denen das mal gucken wie viel wir rein 20 stück ok wir brauchen aber auch ein paar mauerbrecher sechs stück nehmen wir mal mit ein paar magier magier ist gut da geht ja gar nichts mehr dann immer hier ein bisschen weniger wir brauchen ein bisschen clean up 7 8 10 den neuen namen ok fahne 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 ja das machen wir 1 2 3 4 all zauber würde ich sagen 12 wut zauber ein sprung zauber und ein fries so machen wir das zauber nehmen wir wieder selber mit für die gegnerische landburg und damit das zeug auch gleich fertig ist wenn wir uns jemanden netten trank sonst komme ich mit meiner folge wieder nicht hin kann ich noch gleich nachkaufen perfekt ich kann helden nachkaufen ok warte mal helden buch helden buch oder hört der buch auf eine doch nicht oder ach doch der buch hört auf nein der buch läuft jetzt weiter das neu gehört der buch aufgehört ok kriegen ein level höher 35 sehr schick doch mal kurz und dann komme ich gleich wieder ich gehe mal auf den account von alex dass mir ein paar truppen spenden ich glaube so ein bisschen um adäquate folgen zu machen muss ich einfach ein bisschen höher in der liga ich habe glaube ich gerade 20 millionen rathaus 9 loot weggeklickt das hätte ich alles mit kobold abfahren können denn so oft habe ich jetzt weiter 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 geklickt bevor ich überhaupt mal jemanden gefunden habe der so ein bisschen so aussieht wie ich wenigstens so ein bisschen ok also ox base würde ich sagen mit ganz ganz vielen boxen und wir müssen eigentlich also es gibt nur ein ziel es gibt immer gerade bei dem gohawk hier gibt es immer ein ziel das ist die bogenschützenkönigin muss auf jeden fall weg und ich darf natürlich auch die zeit nicht verdatteln also golem ein da ein da ging hier mit rein ein paar bola die karre gefällt nämlich richtung rathaus die karl fährt einfach mal richtung rathaus und mal sehen ob wir jetzt gefandelt haben oder ob wir fanden jetzt eher schlecht war gucken wir mal die queen geht nach da ok nehme ich nur ein zwei von denen noch mit aber der king ist der king ist da hinten ja mit am start die golems denken ja auch da müsste einfach nur ein bisschen ruhiger bleiben einfach nur ein bisschen ruhiger bleiben so den nehmen wir ruhig mal in frost dass der golem da so ein ganz kleines bisschen länger überlebt und dann ist hier jetzt natürlich alles weg am rathaus oder richtung rathaus geht jetzt alles hin fort ich möchte dass meine queen ein bisschen länger überlebt das heißt ich setze hier jetzt außen meine hocks wo sind meine wahl küren die müssen eigentlich damit beim king mit bei sein ok und dann brauchen wir hier in jedem fall den ersten den ersten er hat auch viele fallende alter falter donnerwetter das wird jetzt eine ganz enge kiste hier denn meine hocks ich habe nicht mehr so viele hocks das wird ein fehl leute und das ist nur cool cool gebaute base hier sehe ich jetzt gerade das habe ich ein bisschen zu leicht genommen aber das ist auch gut so das ist auch gut so dass ich das zu leicht genommen habe denn es könnte ja sonst schwerer sein es könnte ja sonst schwerer sein okay da unten ist noch ein inferno der lebt also das wird in jedem fall richtig richtig schöner fehl hier von mir wunderbar aber auch das gehört dazu oder sind noch ein paar hocks okay drei hocks aber da ist noch ein x bogen warte mal wo ist die chemecke ich muss mich jetzt gerade mal schämen der typ wesen gola lohn erklärt und kann ich mal wo ok klappt halt nicht immer ja fahne war doof und die karre vor auch nicht weit genug single entferne und er hatte noch nicht mal klaren wo er da hat noch nicht mal klaren wo und das ist auch keine ckb ist aber habt ihr gesehen hier kann man auch auch ich kann hier fehlen immer zum ich bin mehr für nicht zu schade auch nicht so fähig das war schon böse jetzt ich hätte noch ein bisschen länger warten sollen vielleicht auch mit den huggies dass die queen dort noch mal ganz ganz vorbei rennt habt ihr den entfernen und er schaut so nicht mehr 89 prozent gute prozente total gute prozent richtig gute prozent okay nächste ist er ist aber diese hier und hier brauchen wir wieder was anderes wir nehmen den gift wieder von dort mit neben aber jetzt was wir überlegen wir nehmen jetzt nur uns mit und allen felsenschmeißer hier in felsenwerfer so habe ich das auch fertig beim alex dass ich lass mir das nicht nehmen dass das nicht funktioniert das funktioniert in dem fall habt ihr ja auch schon mal bei mir gesehen aber auch nicht immer typische okay das ist jetzt wieder so ein bisschen verzweiflung es ist ein rathaus 10 er hat infernos er hat eine queen er hat ein king an den die queen ist im ausbau dann müssen wir doch noch weiter klicken es ist es ist wirklich eine farce was ich jetzt gerade wieder wieder weg klicke denn so viel loot was die neuner hier haben eigentlich müsste sie wegmatchen aber das wäre dann das wäre dann kein rathaus 10 fight das ist das doofe das wäre kein rathaus 10 fight und meine herren ich habe hier schon wieder 20 oder 30 millionen elex und gold liegen lassen das hole ich mir alles mit den kobolden wieder da könnte da könnte darauf wetten dass ich das machen werde ich meine ich könnte auch so neuner machen wäre ein netter tipp aber ist nicht so ein ding ich möchte dann doch schon zähne ok freunde das ist ein typischer zehner hier keine entfernen aus ist mir auch egal jetzt wird keine entfernen aus aber die queen steht sehr sehr nahe da könnte man eigentlich irgendwie hinkommen und ich könnte mir sogar vorstellen dass er keine klammung truppen hat weil das ein abgefahrenes dorf ist aber die ex mögen sind so ein bisschen geladen und auch nur zwei stück hier unten stehen entfernen so ok ok da unten stehen entfernen sie hat sie gar nicht fertig gebaut die b ist egal wir gehen trotzdem so rein wir gehen trotzdem so ein einzigen nun setzen wir mal da oben und jetzt jetzt mal die heiler hier mit rein gucke mal wo ich hier so ein bisschen gegen fahren kann mit meinem king und meiner queen denke mal hier können wir das ganz gut machen 123 mal sehen drei mauerbrecher dorthin ja das ist ganz gut um auf jeden fall der queen schon ganz ganz nahe würde ich sagen oder geht der king schon hin okay der king kümmert sich schon um die queen das ist sehr gut die nächsten mauerbrecher gehen dahin und wir springen hier mal rüber mal gucken ob wir da hinkommen mal sehen der king nimmt sich auch noch den gegnerischen king das macht jetzt aber auch meine queen perfekt sehr schick also noch mal hier eben gut gesetzt immer noch eine luftabwehr vielleicht ja wir lassen uns mal noch ein bisschen laufen 1 7 15 58 mal sehen ob die queen dort noch was wegreißen kann und wann ich denn jetzt auf meine ja ich weiß eigentlich ich habe den sprung zauber dahin gepackt für zwei luftabwehr man 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 okay wir gehen von hier unten rein oder ne wir gehen von da rein 1 2 3 1 2 3 wir gehen von hier rein hier den hund und da den eil okay dann nehmen wir hier unseren 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 slammer muss man eben gucken wir nehmen hier den nächsten hund 1 2 1 2 noch mal ein bisschen nachgesetzt das reicht dann noch nicht ganz okay das reicht dann noch nicht ganz und hier frosten immer weg und mein slammer geht auf okay er soll ja nur ein bisschen den lalo üben wir wollen den lalo ein bisschen üben und hier den eil war der gut gesetzt ja der kommt ganz gut 1 2 3 4 5 6 wir wollen ja nur ein bisschen lalo üben so geht es man wir wollen ein bisschen den lalo üben ja weil ich nenne das ich nenne das immer ganz gerne das ist die königsdisziplin und ich weiß der hatte jetzt nicht so viel loot und die infernos waren jetzt auch irgendwo nicht nicht mittig der base hatte keine clan buch aber ich habe jetzt auch echt mal lange gesucht nach solchen bases ich muss echt in der liga ein bisschen bisschen ja muss echt ein bisschen höher gehen in der liga dass ich hier adäquate gegner finden ansonsten hätte ich auch ein elfer wo dippen können aber ich glaube das sind somit die angriffstrategien die ihr im rathaus 10 bereich anwenden könnt also sowohl wo ok sowohl wo hok ja als auch ein go la loon geht da immer ganz ganz gerne wenn gar nichts geht leute dann gehen immer noch die drachen und rathaus 10 bereich und andere spezialdisziplinen mit baby drachen ein golem und so weiter zeige ich euch sicherlich irgendwie mal live oder vielleicht mal in den angriffstrategien oder sowas aber denke mal das sind so ein bisschen die drei gebräuchlichsten besten strategien für rathaus 10 nach wie vor und gibt natürlich auch total exoten mit ich nenne es mal so queen charge drachen oder queen charge nur loons ohne ohne die lava hunde geht auch also es gibt das 10 bereich ist unheimlich flexibel was angriffstrategien angeht und sehr sehr breit gefächert wird fast sagen noch noch mal eine kleine ecke breiter als rados 9 das noch ist kannst du im 10er bereich echt so viel einsetzen aber wie ihr seht es selber ich muss auch die passenden bases finden ich hoffe das ganze hat euch trotzdem für den freitag gefallen ich habe jetzt drei aufnahmen am dienstag für euch gemacht und muss halt ein bisschen vordrehen ich hoffe das war jetzt nicht ganz so schlimm wir haben uns hoffentlich auch gesehen und sehen uns weiterhin ich freue mich auf jeden fall auf euch ihr seht so ein bisschen ich bin echt nass und die rechte sitzen bleiben und einfach weitermachen ich habe bock wenn ihr auch bock habt bleibt und kanal waren nochmals übrigens danke 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 für die tollen aufrufe meiner videos ich war ganz ich glaube das eine video mit dem neuen dorf hat fast fast 800 aufrufe das ist super 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 also auch da geht meine daumen mal an die zuschauer zurück vielen dank vielen dank fürs zuschauen schönes rochenende bis dahin euer toto fest